so ein weißer war jetzt nicht so krass den kriegste ich habe mich noch keine waffe er zieht mal den reaper aufm hals ich habe jetzt eine pistole also noch ist nicht so gut ja ja schon angedockt oh gott er im g 42 ich habe nur noch keine waffe raspo und flammenwerfer okay it is what it is ich bin unterwegs so wo ja irgendwo dahinten irgendwo da in einem haus digga warum hat er denn ich weiß es doch nicht ja jetzt hat er jetzt hat dann den reaper aber das hat bestimmt gut schaden gemacht oh da hinten ist noch ein rot hoffentlich versuch mal ein bisschen orgo auf ihn zu halten ich habe keine ich weiß nicht wo er ist ah ich sehe ihn beide markier mal bitte da jetzt in das haus reingegangen das rote der andere ach komm ich habe einmal getroffen mit den granaten mit so einem rosenen haus drin ich schleiche mich mal wieder an schleiche ich mal es sind zwei ja 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 erster stock ok hinten raus jetzt im grün einer zumindest der andere dürfte noch in dem rosenen sein oh da ist noch ein royaler drin ah der ist fake es gibt keine faken royalen sicher also ist auf jeden fall ein royaler im zweiten stock drin aber da müsste noch irgendwo einer drin sein ein dude da da ist einer ja shit das ist mein letzter pfeil da ist der andere ja einen habe ich der andere ist oben ja feuer doch aus der hüfte alter mit einem fucking mg 42 ich glaube auch ein bisschen frech er hat doch einen hermes hier mhm nehme ich sogar ich muss hier oben mal im fridge liegen lassen und hier oben ist noch eine cg ich habe hau cg ich habe da noch eine oben liegen lassen falls du die haben willst auch gerne ja warte mal noch nie noch also da ja man drum ist gut wo ist der andere eigentlich schon ach da sag da dass der noch einen sechsfach hat oh sorry ja der hat noch einen sechsfach ok danke moment warte mal könnte es sein dass hier einer drin ist ich glaube gerade was gehört zu haben als ich hier drauf bin oder kann auch sein dass es einfach nur ein ducken war ne 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 ich glaube das wollen wir ducken ein bisschen paranoid ist ok alles gut schneller alles klar oh granatentrap ja das war deine ok ja ich habe drei da reingesetzt naja falls der irgendwie mir hinterher kommt ja ich komme dir hinterher keine sorge was hast du da für einen fridge eingesammelt einen roten aber nicht so viel drin leider oh hier ist noch eine dreierwiste grappeln oh ja oh ja ja das ist ja oh Wo sind die Gegner? Bestimmt wieder Etzna oder so Obwohl jetzt ist gar nicht mehr drin Oh 15 Und jemand hat einen Barrett Aber die müssen kommen, oder? Ja, ich denke auch Können wir hier ein bisschen chillen Naja, irgendwo da drin Oh ja, da fliegt einer Oben auf dem Berg rauf Okay, ich versuch nochmal Ja, sehe ich Hab ihn Geil Perfekt Ja Digga, flieg nicht auf dem Berg rauf, Alter Ich halt mal weiter ausschauer Er hat auch ein Jetpack, ne? Vielleicht hat er auch das Barrett Ja, ich glaube Ich glaube, das ist der vielleicht Sollten wir das auschecken? Schon Also Barrett ist auf jeden Fall ein gutes Argument Ja Man muss irgendwie hochkommen Ohne das Ah ja, die beballern sich noch Das ist gut Ein bisschen ran sneaken hier Ja, immer noch in der Stadt Wo denn? Ist ja gerade irgendwo rumgejumpt Auf dem Dach Ich hab's ganz kurz gesehen Ja, ja, ja Fliegt hoch jetzt Als Vampir Oh Das ist nicht gut Ja, ja Ist da Ist da Ist da Und ich werd beballert Von woanders Oh shit Scheiße I'm out Was? Du bist tot, nein? Ne, out Was? Scheiße Hast du ein Portal? Ja Oh Gott, wo bist du? Äh Oh scheiße Ich bin in der Villa natürlich Safe Ich renne Shit Irgendwo hatte ich ein Portal hin Ich wusste nicht mehr wohin Bisschen Ablenkung schaffen Sehr gut Oh, er hat die beballert, oder? Ja, der ist bestimmt wieder zurück, oder? Ich denke auch Frage ist halt nur, wie viel von meinem Scheiße er mitgenommen hat Wahrscheinlich alles Alex Vampir Ah scheiße, vielleicht hat er seinen Boy auch gerade hier wiederbelebt Am Feuer Das wär natürlich super scheiße Auto Total Hä, war direkt? Wahrscheinlich Wo bist du? Oh, ist das so scary Nacht 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 Äh, Boy Ähm Hat mich gesehen Ja, ja Oh Gott Gar kein Bock drauf Ja, ja, ist oben drauf Äh Auf Auf der Veranda Auf dem Auf dem Balkon Ja, ich versuch's, oder? Ja, ja Versuch dich zu holen Ja, er weiß Er weiß ganz genau Er weiß ganz genau Ja, ist mir egal Alter Wo denn? Ach, da ist er Oder? Nee Nee, das ist er nicht Ah, da Da Ich hab ihn Er war direkt Ich war direkt hinter ihm, Digga Oh, Jesus Street, Jesus Oh, zur Hölle ist mein Hermes Da ist mein Hermes Ich hab ihn nicht Nee, alles gut Ich hab alles Ich hab alles Ich hab alles Er ist doch gut Schockt Hier ist neiner Nee, ich bin Oh Achso, das bist du? Das bin ich Ja, Bro Hä, du wirst mir nicht angezeigt Was? Du wirst mir nicht angezeigt Das bin ich, aber Ich schwöre Okay Ah, der hat noch ne große Thompson mit unendlich Muni Ah, er hier aber auch Ich glaub, ich nehm die etwa hier Oh Irgendwo da hinten Ja, hab ich gehört Ja, hab ich gehört Sechsfach war noch hier Das Fläscher Ja, oben drauf da Ah, ist runtergelaufen Er ist jetzt vor Vor der Villa Was? Äh, hier ist noch ne Sowas hier Ich hab eigentlich Stuff Alles gut Okay Ich bin perfekt Du bist perfekt Ja, so wie du bist Du bist perfekt Ja, klar Ja, vor der Villa war auf jeden Fall auch noch einer Einer ist Oh fuck Okay, ich hab zwei Dudes gekillt Hä? War das ein Collateral, Alter? Hä? Das wär ja krank, ey Hä? What the fuck? Alter, ich hab keine Hitmarker bekommen Oh, voll Vielleicht ist dein Interface irgendwie gebackt oder so Ja, ich seh mich auch selber als, äh, in drei Meter Entfernung Wirklich? Ja, das ist weird Das ist ja weird, ey Das ist ganz weird Ja, ich würd die mal kurz ausschicken, vielleicht haben die ein besserer Snape als ich Ja Mach das Nein, ich werd noch die Ammo holen von dem Natürlich haben die keine bessere Snipe Ja, mein Interface ist auf jeden Fall gebackt, die Ammo ist auch irgendwie, wird nicht richtig angezeigt und so Weird Jawohl, ihr habt ne Label Ich spiele jetzt Hardcore-Modus, Alter Ja Ja Ich hätte noch Muni für die Label, wenn du bei mir brauchst Ich hab, ich hab genug auf jeden Fall Okay Hallo? Oh, nee, Alter Oh, jetzt muss ich rennen Hm, ich mach Schute Oh, ist zu laut Ja, hier sind auf jeden Fall Schute Ja Ja, klar Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe, Alter, das ist ja Ab ihn anscheinend Das ist so lächerlich, Alter Anscheinend, ja Naja, ich krieg keine Hitmarker, das ist übelst kacke Weil du keinen Response kriegst, ob du getroffen hast oder nicht Ja Dann ballerst du halt einfach nur Oh, 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 oh Von wo? Da unten Ich hab ihn genockt Top, der ist dead Da ist noch einer Da Got him Ja, der war ein Low auf jeden Fall Ja, ja Infantry hat der hier noch, aber das ist ein Label Oh Ja, ja Was hat er hier noch? Was hat er hier noch? Den haben wir wohl vorhin übersehen, den Fratko, oder ist der nicht real? Doch, der ist real Okay Na, der ist der G Genau, da wird Oh, weiß Achso, hattest du schon, oder was? Ja, ja, hatte ich schon Ah, okay War für dich Ja, ich hab auch schon Okay Ja, zwei Teams noch Wo haben wir jetzt? Äh, gut, Frage Auf jeden Fall, ach, bestimmt da oben irgendwo Oh Aber Hardcore Modus ist schon krass, Alter Das ist, äh Das ist Hardcore, wa? Das ist Hardcore Ah, sehr gut Komm, wir machen es mal ein bisschen spicy Juhu Ja, jetzt wissen wir noch, von wo wir kommen Ach Guck mal, die Candy Zombies ist alles easy Was ist denn da dann? Die Idioten Ah, ich sneak da mal ran, auf jeden Fall Jo Ja Da oben Da hinten irgendwo Einen hab ich Oh, Zombies Geil Geil Hallo Beste